Im Mini-Vision Urbanert zeigen wir auch die nächste Generation von Illuminierung, Hinterleuchtung im Interieur. So haben wir zum Beispiel in dem Bereich, der hinten ist, der ein bisschen dunkler ist und so diese cozy Corner darstellt, zeigen wir drei verschiedene Mini-Moments, die auch animiert sind, um da wirklich eine ganz besondere Atmosphäre zu schaffen. Und im Gegensatz ist vorne quasi eher so die Informationsanzeige, die wir fürs Fahren brauchen, die aber auch speziell für das Fahrzeug interpretiert wurde. Mein persönliches visuelles Highlight sind die Reifen. Die haben wir wirklich auch transparent designt und denen auch eine ganz, ganz spezielle Sparkly Color gegeben, eben das Ocean Wave, das ist so ein Türkis-Farbton, was eine unendliche Tiefe hat und auch leuchtet und einfach strahlt. Besonders auch, weil die Reifen sind von innen her beleuchtet und dienen dann quasi nach außen hin als Kommunikationsfläche, wo auch da wieder die Mini-Moments gespielt werden können. Und on top gibt es dann noch auf dem Reifenprofil den kleinen Union Jack, der so einen kleinen Twinkle und den Hint in Richtung British Heritage nochmal unterstreicht.